Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Super Mario Bros. 2. Und wir müssen uns ein wenig mit Birdo anlegen. So. Der jetzt auch noch Feuer spuckt. So, Nummer 1. Nummer 2. Oh, jetzt kein Bock mehr auf Feuer oder was? Nummer 3. Ja, die, 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 die. So. War klar, ne? Den, 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 den. Hm. Ne, kann ja nicht rumgraben. Ähm. Ja, du. Welche Richtung nehmen wir? Okay, hat sich erledigt. Aber ich denke mir... Ha. Als hätte ich's nicht geahnt, ne? Ich bin still. Ist, glaube ich, gesünder. Ich hab noch keine Sonsenfreude für den Arsch. Ach, ich seh schon. Ach, komm. Komikaze-Bomber hier, ne? Ach, Menjo. Es geht schon wieder in eine Pyramide. Nein. Ich ahne Schreckliches. Bäm. Find ich ja schön, dass der... Oh, 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 oh. Ja, aber wenn ich mir jetzt gerade überlege, den ganzen Weg dann wieder hoch. Am besten wahrscheinlich noch mit dem Schlüssel und einer Maske am Arsch. Wir kennen das Problem. Kennen Sie das Problem? Einsam und bedrängt. In einer Sanddüne, verfolgt von Shy Guys. Jetzt haben wir schon wieder dasselbe Problem wie das letzte Mal. Wow! Was? 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 Also manchmal... Könnte man das Spiel auch erschlagen, aber egal. Lässt der nicht von mir ab, wenn ich den Schlüssel fallen lasse? Oh Leute, heute ist echt nicht mein Tag. Gib mir Mario Mega. Das ist so ein Steuerungszimmer lieber. Ich soll's gar nicht versuchen. Hier drin gibt's doch eh nur... Wahoo! So, was erwartet uns heute? Was zum Henker bist du denn? Was zum Henker bist du denn? Ja, das könnte interessant werden. Oh ja. Das wäre lustig. Na komm, einer geht noch. Einer geht noch. Einer geht noch drauf. Wenn das mal nicht geil ist. Und dort. Bäm! Oh, mal wieder Overworld. Oder auch nicht. Oder doch. Über den Wolken. Müssen die Shy-Heil-Geister unglaublich sein. Und die Anziehungskraft natürlich auch. Ich sollte mal X loslassen. Wer sich jetzt fragt, warum X auf dem Super Nintendo Controller? Nein, ich spiele es mit einem anderen. Verdammt. Obwohl ich ja gerne einen Super Nintendo Controller für einen PC hätte. Ach, muss ich hoch oder was? Na, komm her. Hey Alter, kommst du her jetzt? Und tschüss. So, jetzt geht es schon nur straks nach oben. Komm schon, du schaffst das. Nicht. Boah, scheiße. Will diese Dreckseule oder was auch immer das sein, soll ich mich eigentlich verarschen. Boah, Alter. Auf, 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 auf. So, jetzt aber. Und jetzt passt es noch besser. Über den Wolken. Ja. Und ich will gleich nochmal Mario Maker spielen. Nein, das geht schief. Kann ich auf den? Nein, kann ich nicht mehr, oder? Aber da wäre eine Tür. Ich versuche es erst gar nicht. Mario, warum tust du das? Verrate es mir. Warum? So, frisch gestärkt, jetzt war der. Ich sollte aber vielleicht so ein Ding hier mal mitnehmen. Um denen das vielleicht im Kopf zu ballern. Okay, funktioniert nicht. Na, komm schon. Äh, was? Ja, ja. Musik kann man. Münzen kann man immer gebrauchen. Was? Oh, ja, nee. Ist klar. Gut. Mach denselben Fehler nochmal. Ich wechsle mich echt wieder auf Analogs, Digga. Die Stelle ist kein Stück unfair, ne? Ich wechsle mich echt wieder aufs Digga. Ähm. Bug abuse. Ich wechsle echt wieder aufs Digga. Oder andersrum auf ein Steuerkreuz, was das etwas taugt. Ich wechsle mich. Drei. Drei. Bäm. Oh Mann ey. Komm schon. Sei lieb zu mir. Komm schon. Wenigstens eins im letzten Versuch. So und was uns jetzt erwartet, sehen wir in der nächsten Folge. Habt euch wohl und tschüss.